Hallo, willkommen wieder auf der Krokodil Gamer. Ich habe mich umbenannt. Wir spielen heute ein Spiel, was ich nicht kenne. Das ist auch gut. Ja, wirklich gut. Aber ja, das spielen wir heute. Ein Spiel, was ich nicht kenne. Der Einer, der Typ ist unsichtbar. Es ist doch... Ja, aber trotzdem... Ja, ich spiele heute ein Spiel und kann dieses... Okay... Und der... Ja, das wird heute ein kleines Video schön. Ich habe mir Essen vergessen mitzunehmen auch jetzt. Das ist doch so wunderbar. Dieses Spiel ist ja wohl... Das ist doch auch so gut, wenn ihr es erst erzählt. Ich bin auch von Freunden auf eines... Ne Map? Ja, das ist scheiße. Ich habe ja diese Runde gewohnt, aber es wird noch mehrere Runden geben. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Morgen kommt dann auch nochmal ein Video, wo ich auf meinen privaten Welt baue. Nicht mit dem Vollpfosten? Ja, ganz genau. Das ist doch scheiße, wenn dieses Arsch, wenn die, die, die die nicht immer schaffen, nicht tun. Ja, das darf ich auch nicht fliegen. Wenn das war, wenn ich die nicht geschafft habe, dann habe ich ja fast gewonnen. Und dann ist es richtig, ja. Da fliegt du nicht. Oh, ein Hexenalter. Los, schießt alles aus auf Fliegen. Das ist mein Kampfstil, ey. Kampfstil, na klar, Alter. Der ist, der ist... Komm, trau dich, Alex. Was ist denn der Typ? Ja, ey, das ist doch so unfair. Ja, ist doch kackt. Ja, ist doch kackt. Hart, ach, na klar, Alter. Oh, ganz genau. Oh, drei Herz... Oh, drei Herz... Ja, aber wir... Lieben eben immer noch nicht. Ich komme zuerst nicht. Ach, das ist so so unfair. Ach, das ist 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 so unfair. Ja, guck mal. Ja, was fliegen können? Schreibt es mal in die Kommentare. Es soll ein Boss fliegen? Ja oder nein? Meilegutel. Ach, nein. ja, komm her! Alter! Dann mach ich hier noch leicht! Ja, mach ich hier noch leicht! Wie macht's? Da könntest du mich aber noch angreifen. Weil ich krieg hier noch auf. Äh... Da kommt hier alles in den Tablet. Wir sind los! Ja, komm doch nicht! Komm her! Ich bin bloß einer von Schnappeln! Alter! Ey, das ist so unfair! Ja! Das ist doch so unfair! Meine Güte! Ja, boah! Soll man nicht fliegen? Ja, ich bin bloß! Ja, ich bin bloß! Ich bin bloß!